hey meine freunde servus und guten tag zurück bei best mmo wo gibt wir haben immer noch hier haben immer noch mächtig spaß mit fette ads da online richtig und hier ist eine ungeöffnete karte die kann ich aufheben jawohl wo die erste karte ich habe eine gefurte noch eine sind hier sind fähig sie liegen einfach auf dem boden ich habe nicht an und verkauf öffnen liegen einfach ungeöffnete karten auf dem boden ist aber dass wir mächtig am hacken irgendwie schon bringen wir mal eine mit ne schwein ratten menschen ja ihr habt schwein gesorgt ich glaube ich laufe gerade irgendwie weg ich habe hier doch noch irgendwo leben zu trinken klatsch gerade ein paar ratten menschen warte sekunde ich bin ja auf dem weg ja sekunde das ist gleich die berücke und da muss ich rüber ich habe eine lizenz gefunden dann bin ich da ich habe eine lizenz gefunden aber derweil kann ich mal hier echt diese karte aufmachen weil das ist das beste am ganzen spiel ja und was wird es b ratten menschen direkt opening am anfang ich habe eine ratten menschen lizenz 5 sterne ne was für eine bewertung b ratten mensch trainiert ständig um stärker zu werden dann komm mal her damit ich unseren zuschauern diese karte zeigen kann geil warte noch eine und c vergeltung der ratte du wolltest es doch die filos die den ratten menschen beim training die die ratten menschen beim training immer ärgern haben heute ihren meister gefunden jawohl meister der meister meister ratten mensch geil leder heimlich war ne wenn du zum glück mach ich wenigstens schaden ma auch schaden ne du nicht wohl da eine weiß ich nicht ein schildi jawohl ein schildi oh mein gott ja das sieht aus wie ein pokémon aber irgendwie du siehst aus wie ein pokémon an die dinger kann ich mich noch erinnern die sind voll nervig als ob du noch die dinger kennen würdest die kenne ich noch bitte nicht erinner mich auch noch an die eber die sehen noch genau so kacke aus wie damals boah ich hab gekrittet haha jomai kritkallit ach du bleib mal stehen ja sammlung ansehen er hat sie nicht registriert ach Mensch was soll das dann ja warte so registrieren und registrieren so jetzt kannst wir die angucken versteckten titel erhalten also haben wir den c und das b der ratten mensch nice wie kann ich den titel auswählen starttitel musst du dir verdienen das ist mir schon klar bam kritkallit fähigkeiten ne fähigkeiten hey liebe leute hey liebe leute boah alter wieso wieso kann ich jetzt nicht lau ich hab mal gedacht heute ähm machen wir mal ein paar mehr quests die leute wollen quests ja auf jeden fall wollen die leute quest hier haben wir gelangweilter eber der ist level 15 kack ich glaube die greifen uns alle an oder ja lass mal hier den ratten mensch nehmen kann die stacken irgendwie so ja komm ratten mensch kloppen oh Junge der kann ja nix ey so wie funktioniert das jetzt mit dem titel oh karte äh ich hab ne ratten mensch lizenz bekommen weiß nicht was das ist aber ja hab ich auch die karte Junge ooooh ja der azubi der azubi der kennt die karte nicht ich kenn sie nicht der azubi ja warte wie 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 hast denn jetzt so einen titel ich hab keinen titel ich hab aber einen titel ich hab aber einen titel mit echtgeld gekauft ne gerade gew- äh erworben irgendwie ich weiß auch nicht ah erworben nennt sich das heute total mit echtgeld warte hier wie ist denn jetzt aktionen ne nicht aktionen ne minihost ich auch nicht wo war das denn jetzt eeeewaa titel ha 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 ja nice ey zahnsammler hp wiederherstellung plus 6 geschwindigkeit plus 1,3% wow fucking hack ey hacks muss ich wieder einen titel schreiben dass wir hackt haben der will 17 ey ja nice ey ich halte mich jetzt nebenbei und ich bin schneller als du hinsack nimm ich denn so viel schaden fucking hack nimm ich denn so viel schaden oh nice mini pinky da der pinky der pinky und der brain 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 oh du bist fast tot ich weiß nicht wieso ich hab dir doch voll schnell vermöbeln wie gestern bleib hier ich kann alles in jedem halten oh nice bam crit galit Du siehst den Titel auch über meinen Namen? Ja, nice. Zahnsammler, ja. Waren willst du die Goldzähne von den alten Opas? Ja klar. Einzige Titel gibt es auch unter Zahnärzten. Wenn die irgendwie so einen bestimmten Grad an Zähnen den Patienten entnommen haben, dann ist kein Zahnärztin mehr, sondern Zahnsammler. Ich habe keinen Mana mehr. Ja, du hast doch die Seelensteine da. Ja, ich habe schon einen benutzt. Ich benutze jetzt noch einen. Oh ne Karte. Oui. Warte, ich mache die auf. Das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. So, und... Ja, du musst einfach schneller heilen. Ja, mach ich doch. Ich habe nur eine Fähigkeit, die ich einsetzen kann, sonst auch vertrecke ich die ganze Zeit. Ja, dann würde ich mal sagen, lass uns mal wieder Richtung zurück gehen. Das ist ein Kill, ein Crit ey. Warte, ich bin gleich Level 10. Auf eins. Kann ich so einen Ring anlegen. Das ist cool. Bam. jetzt gibt es noch mal was ist denn das hallo ja wieso heißt nicht hin ich habe nicht noch gucken aufnahmen und spaß hh gucken der hoffen auf schwöre ich habe ja okay die gegner sind mal ein egal ist ja ist ja scheißegal so bin jetzt level 10 hat das irgendwas schlechtes gebracht hast du gestorben ist keine ahnung dann bringe ich mich auch um spaß zeit ja komm fick mich aber haja das ist halt hier mit weniger fehlen aber ich kann mich heilen dann los ist einfach wenn es einfach einfacher ist zu sterben anstatt sich irgendwo hin zu porten oder irgendwie so oder zurück zu laufen das ist halt so geil hi zahnsammler wo kannst du deinen titel ändern was chatten die denn da unten warte lass uns mal shoppen gehen was heißt denn shoppen gehen ja irgendwie in der hauptstadt zurück und dann da einkaufen ja ich muss mal ganzen plümer verkaufen ja richtig zurück nach rumen leck 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 neiner fleck nicht neil alter er macht ja die eine quest er hat eine feste quest annehmen weiter 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 ich werde sie retten egal was passiert und die hatten grün ist aber warte bei der kann man jetzt fähigkeiten kaufen ja richtig genau level 13 level 9 der nächste hier und level 17 oh wir können auch passive fähigkeiten kaufen klar kann ich mir die ich habe kein geld fucking heck und wir können uns berufe kaufen aber das machen wir später ich musste ich müsste mal irgendwas verkaufen ja ich dachte hier komm komm her du kannst wenn du hier auf kaufen drückt kannst du auch rechtsklick auf deine inventarsachen machen dann verkaufst du die also die schlechtere keule verkaufe ich also magiekristalle einen apfel verkaufe ich auch alter seelenstaub warte wie verkaufst du was einfach rechtsklick auf das zeug ah ok man muss ok 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 muss das echt einzeln anklicken ja anscheinend ja richtig nice are you fucking serious man i have the time of my life 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 zerrissenes leder oh leder festes fleisch ne rattenmensch lizenz überhalte ist bestimmt selten zaubergegenstand bewegung einfrieren der gegner kein plan wie das funktioniert zerstörte misdringende schatzkiste zaubergegenstand zusatzeffekt der priester magiekristall minderwerte ich habe irgendetwas verkauft was 170 wert war im kleinen hacker aber richtig hacker ja wieviel geld hast du jetzt jetzt 219 hey warum das denn ja weil ich ja die ganze fähigkeiten gekauft habe ja habe ich doch auch ich habe aber jetzt 850 ja aber ich habe irgendwie nicht so viel ich weiß auch überhaupt wie vorhin das liegt ja ich habe dich einfach tot gelootet man ja warte aber ich kann die geisterpucht noch hier verkaufen das gibt noch richtig viel an Aschein wir können auch gleich so ein stand auf machen ja und da können wir das ding dann über marktwert verkaufen ja das hat ja das pilzhaus auch so zum 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 handeln boah ich habe ich habe priester schuhe gefunden man die sind ok ich habe den ich habe den finas ehring gerade angelegt weil ich level 10 bin warte ich hatte ich jetzt hier da gibt sie jetzt irgendwas was ich kaufen kann muss ich jetzt die besseren fähigkeiten auch da reinziehen oder sind die automatisch besser ne die musst du da reinziehen ich meine jetzt zumindest die müsste da reinziehen k für fähigkeit ja und dann ja lol mega leck so doppelschlag zack zack sie haben drei punkte ich muss mal skillen machen wir den doppelschlag mal einmal mana kosten senken Abklingzeit verkürzen. Fertig. Und das senkt Mana-Kosten. Wie, was machst du denn jetzt gerade? Die Punkte, meine Fähigkeiten-Skill. Achso, die. Okay, ja gut. Jetzt muss ich noch meine Attribute skillen. Einen Punkt habe ich in... Intelligenz. Ausdauer. Ausdauer. Und hast du irgendwas gefunden, wo man was kaufen kann? Hier kann man so Lebens-Steine und Seelen-Steine kaufen und so, das ist nicht schlecht. Der Herr gehört in Julia. Ich würde halt mehr so Tränke kaufen und so, weil... Ah, Tränke werden überwertet. Da komme ich irgendwie besser dran. Gucken, was sind denn? Du und E einsetzen, aber... Was sind denn so für Leute online? Wie das hier ruckelt, ey. Das ist ja nur am ruckeln. Knusperkuchen. Wir müssen gucken, wann Clown war nächstes Mal online ist. Clown, Alter. Waffen... Ne... Waffentitelhändler, zah. Hä, was kauft man denn bei der Mana-Steine? Was machen die denn? Leben herstellen. Weiß nicht. Ach, das sind diese Steine oben links. Ja, richtig. Alter, die sind ja mega billig. Ja, klar. Alter, hol ich mir 300 von. Alter. Okay, jetzt habe ich beides 20. Ja, Schnapper. Ja, nice. Waffen-Schmied, James. Waffen-Schmied. 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 James oder so heißt der. Ey, ich habe irgendwie kein Geld. Was soll denn das? Achso doch. Was soll? Soll ich dir ein bisschen was leihen? Ja. Mach ich aber nicht. Sonst musst du die ganzen Seelenstände verkaufen. Egal, die sind sowieso nichts wert. Ich hoffe, die sind 150 wert, aber egal. Dann verkauf ich davon ein bisschen was. Rüstung ist wichtiger. Ach, wirklich? Ja. Durchaus. Oh, hier sind ja tatsächlich noch einige Leute. Ja, hätte ich auch nicht gedacht, ey. Das sind Ambos. Kann ich irgendwas machen? Wir sind ja auch zwei Mongos, die jetzt hier rumlaufen. Oh, der hat eine Quest. Quest auch nehmen. Weiter. Ey, genau das kann sein, dass du irgendwie die Quest gemacht hast und dadurch dann halt ein bisschen was bekommen hast. Ja, ich habe einfach Skill. Ja, richtig. Ich weiß nicht, ich würde kaufen. Äh, wie viel Schaden macht meine Keule? 18 bis 25. Ja, Level 15. Du kannst ja auch so Ringe kaufen und alles mögliche. Wo das denn? Hier bei Schmied James. Accessoire. Hä? Ich drücke auf Kaufen. Und dann habe ich hier einen Slot mit Item Shop. Item Shop und dann da oben, äh, Oben Accessoire. Waffe, Rüstung, Accessoire. Ach so, ach das sind Slots. Lol. Gucken wir mal, Rüstung. Beteiligung 7. Ist das irgendwie anlegen oder was? Die, die Steine oder was ist das? Helm. Priester, Priester, Priester. Ah, krank. Aber der hat ja irgendwie nur schlechte Sachen. Stärke plus 1. Chinas Ehering. Ja krank. Kann man 2 Ringe tragen? Kann man krank. Scheint ja. Wieder herstellen. Ich will niemal deinen. Nein. So nicht. Kauf dir doch einen. Ich habe ja kein Geld. Deswegen frage ich ja. Ja, was brauchst du denn? Einfach ein Ring. Ja, was denn? Fein. Ja, keine Ahnung, äh, ein Stärke-Ring oder ein Ausdauer-Ring oder so wäre gut. Wo bist du denn nun, Bongo? Ich bin hier direkt vor dem. Ja. Nimm die Anfrage an. Nee, warte. Hä, wieso konnte ich die denn jetzt nicht ausrufen? Wir können ja Handel akzeptieren, ja. Ich glaube, du musst unten noch dieses Links da drücken, oder? Jawoll. Und jetzt kann ich annehmen. Kann ich es bekommen? Klar. Ja, nice. Ja, sehr gut. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir machen nächstes Mal im komischen, ach wie heißt die Scheiße? Äh, Walter Gezeiten. Wir machen nächstes Mal Walter Gezeiten weiter. Freust du dich? Unglaublich. Ja, ich freue mich auch. Und deswegen würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Fiesta Online mit Blade. Ja, richtig geil. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Ey, fucking Hack. Ich merke gerade eine Sache. Ich hab voll scheiße. Ich hab ein. Ich hoffe ich mein. Es heißt, wir müssen sie rausüber drums, aber das ist spю anál. Vielen Dank.